hallo leute willkommen beim rettox für unsere let's play cityscala in mass transit ja ich habe eine aufnahme leider das hat nicht geklappt mit die aufnahmen aber ich mache jetzt weiter ich erkläre was ich habe jetzt gemacht so ich habe erst mal ein neues viertel eingerichtet sie sind gerade ihre mit u-bahn auch und straße waren und da fangt das an jetzt zu ein bisschen zu neue siedlung zu kommen und ich hoffe dass wir auch funktionieren dass wir könnt endlich mal diese neue tunnel verbindung dass die dass die leute nehmen diese tunnel verbindung und auch wie möglich diese stau auch verhindert in die stadt aber für die moment da ist das noch nicht so weit dass diese stau ist immer noch da und wir haben wir haben immer hier so kranke leute diese vierte nervt mich doch mittlerweile ich bin auch gerade um überlegen ob ich rasier alles und ich baue etwas kleiner ständige leute krank ich frage mich warum gut mittlerweile sind auch nicht mehr so viel vielleicht ändert ändert sich auch die sache aber jetzt ist die sache ich habe dass ihr gebaut ok und ich möchte auch irgendwie auch anfangen mit auch eine neue sache mit diese berlin so wo es in diese berlin schiefe monorei monorei wollte ich auch etwas mache bahn straße bahn zug ja vielleicht mit zug könnte ich auch mich überlegen dass vielleicht auch ein neue zug verbindung wo war unser bahnhof das muss ich auch gucken wir haben ihre eine bahnhof ja ok ein guter zug bahnhof vielleicht sollte man auch etwas machen wieder wo ich bin auch nicht nicht mehr so in die überlegung das funktionieren unser guter bahnhof für den moment nicht so seilbahn ne seilbahn wohl ich nicht wo war es mit die zeppelin flugzeug a zeppelin weg seppelin alte stellen und seppelin depot a ja das ist auch eine sache die könnte man auch vielleicht auch benutzt und das wäre optimal so und jetzt seppelin alte stellen so ich guck mal wo am best wert passt an seppelin alte stellen ja ihre eine das irgendwie wie verbindet auch diese ganze neue stadt ihre ich guck mal wo am best wert wird auch etwas optimal sein so ok und jetzt seppelin weg ok am best sollte er wirst die zeppelin alte stellen ja ihre ok und dann ihre ok und so sollte das funktionieren. Zeplin Linie, jetzt muss man ein Zeplin Linie bauen. Ich habe es noch nie probiert mit Zeplin und jetzt mal testen. Neue Linie hinzufügen, jawohl. Irer, Moment. Ich bin auch ganz neu mit der Sache. Ich habe es noch nie probiert, alte Stellen hinzufügen, jawohl. Und ihr sollt wieder ein alter stellen. Aber wie kriege ich das wieder? Irgendwie habe ich eine hier. Ah, da kann ich, ok, da kann ich nicht. Ok, dann im Defekt, wo war die andere? Linie abschließen, jawohl. Ok, jetzt ist die Sache, Strom, Wasser, Wasser ist da. Ne, Wasser ist nicht da. Und Strom ist auch nicht da. Da werden wir auch machen, mit Strom und Wasser. So, Wasser kommt jetzt normalerweise. So, und jetzt mit Strom, da muss ich... So, hier. Ja, jetzt ist soweit alles in Ordnung. Ok, aber ihr, ihr erfüllt Strom. Ok, da werden wir auch Strom ansetzen. Ah, und zwei Zeplinen sind unterwegs. Oh, das ist aber schön. Vielleicht kann man auch schauen. Vielleicht kann man auch schauen. Mit Kamera, ja. Ah, hallo. Nicht so schnell. Wollte mal die Kamera. So, und jetzt. Sieh mal in die Lüft. Mit die Zeppelin. Ein Todesansicht, oder? Ah, der geht jetzt... So, und wir haben ihr... Und zuerst der Alte stellt, und dann geht er wieder drüber, und ja, das wird auch funktionieren. So. Mittlerweile, ihr, wie gesagt, ist alles verbindet mit U-Bahn, und ja, jetzt müssen die Leute kommen. Industrieviertel ist auch da. Da müssen sie was machen. Und ja, guter Bahnhof, ja, da war die Sache, dass ich habe auch immer noch nicht verstanden, warum das funktioniert nicht. Diese guter Bahnhof bei uns. Wir schauen wieder. Aber ja, normal für ein guter Bahnhof zu funktionieren. Wir... Ich glaube, da müssen wir das verbinden mit... Mit draußen. Aber draußen ist auch keine Verbindung für... Für Zug. So, und jetzt. Was haben die für Probleme hier wieder? Außer Betriebe. Hm. Ja. Normals sollt ihr alles da sein für die Leute. Tja, da fragen wir es sich mit... Aber, hm. Es funktioniert auch nicht so ganz, unsere Industriebetriebe. Aber, immer noch so viel... Lkw-Verkehr, hm. So, und was ist drüber? Ah, immer noch langsam werden wenige Leute krank. Ich sehe schon, da war schon einige gebaut mit kranken Leuten. Aber, jetzt. Wäre das langsam weniger. So. Jetzt ist wohl doch ihre... Was fertig mache mit Straße. So. Ihre auch fertig mache. Ihre. Okay. Und dann... Ihre... Möchte ich auch... Mittlere Straße. Das wäre aber noch unser Kreiseverkehr auch. So, und jetzt schaue ich mir, was wir machen in diesem Kreiseverkehr. Büro wäre auch optimal. Wo Büro habe ich viel gebaut, aber da kommt es nicht so viel. So, und jetzt... Machen wir ihre auch große Siedlung. Und hier habe ich auch Siedlung. Ja, langsam, wir reichen die 100.000 Leute. Das ist auch gut. Das ist auch sehr gut. So viel habe ich nie gerechnet. Aber... 100.000, das ist schön... Eine gute... Eine gute Siedlung. So. Jetzt machen wir neben auch die Zeppelin Depot. Und ja, was ich wollte, ist auch vielleicht Monorei. Auch irgendwie... Zu... Zu Ansatz auch. Aber mittlerweile... Sollte auch diese neue Siedlung auch in Betrieb bekommen. Weil langsam... Wir haben alles gebaut. So, ich habe alles gebaut. Aber... Da ist auch so wenige Leute. Vielleicht muss ich auch wieder... In besondere... Objekte einfügen. So. Vielleicht machen wir einen Park. Ja, ein Botanische Garten machen wir auch. Das wird auch... Vielleicht auch etwas... Nicht verkehren. So, Botanische Garten. Jawohl, das haben wir gemacht. Vielleicht für die Kinder auch einen Hüfte Park. Und... Vielleicht sollen wir auch Polizei machen. Weil ich habe auch keine Polizei gemacht. Hehe. Da wäre doch... Langsam Zeit für an Polizei. Und... Was könnte man noch machen? Brandenburg Tor. Oh... Kann man das auch hinsetzen? Okay, aber... Was haben wir hier? Tempelkomplex. Das haben wir auch schön. Ein Expo-Center. Ein Expo-Center. Ah! Das wäre auch nicht schlecht. Wissenschaftszentrum. Was haben wir hier? Service... Servicing-Büro gebaut. Bietet viel Dienstleistungen um diese gebaut... Okay, das könnte man auch machen. Oh! Ah! Das nimmt schon eine große riesige... Vielleicht... Wo... Wo war... Trader... Das wird auch... viel Platz nehmen. Aber ich schau... Am besten wo... Oh! Das wäre eher auch optimal. So... Türm der... Urusins... Ja... Das könnte man auch machen. So... Und... Expo-Center. Oh je! Das wäre auch 100.000 Kosten für den Moment. Zwei große Türmen stehen. Vielleicht kommen die Leute ein schneller. Hihi! Naja... Das gibt keine Strom für die Polizei. Aber gut... Ich meine... Die Leute sollen auch bald kommen. Und da wird es auch Strom geben. So... Iris... Ah... Das hat schön angefangen... Um... Neue... Neue... Anwohner zu bekommen. Wo... Die Industrie... Äh... Ist gerade noch nicht so... Im Betrieb... Aber... Ich meine... Das könnte noch... Etwas werden. So... Und... Da... Muss ich auch... Zu gucken... Wegen Mülldeponie. Mülldeponie ist immer noch voll. Okay... Das ist... Das wird leer. Hier... So... Oh... Hier... Fällt etwas... Ah... Das war... Mit Straßenbahn, glaube ich... So... Langsam... Kranke Leute werden abgeholt. Das ist auch super. Gott sei Dank habe ich auch mittlerweile ein Krankenhaus neben den Rand gebaut. Weil... Und ja... Unsere Flughafte funktioniert. Und... Ja... Was wollte ich... Sagen... Das wäre auch optimal, dass wir haben auch... Äh... Wie gesagt... Oh... Hierher... Muss ich gucken... Wegen Müll... Oje... Mülldeponie ist wohl. Ja... Mittlerweile Mülldeponie werden... Viel... Benutze... Und schaue ich mir darüber... Weil das sind auch Mülldeponie... 50% voll... Ja... Okay... Das geht... 69% voll... Jawohl... Das geht auch... So... Und jetzt... Hierher war die Problem... Das... Ja... Die haben weniger Rohstoff... Aber... Ich kann das auch nicht so enden... Rohstoffgebiet ist auch da... Aber... Da kommt auch keine... Nicht genug Rohstoffe... Ja... Eise... Schmiede... Ja... Okay... Gut... Da ist trotzdem... Alles gemacht für... Aber... Das Problem war immer noch... Unser... Guter Bahnhof... Der nicht funktioniert... Ja... Wir wollen unbedingt an Verbindung mit draußen... Aber... Ich habe keine Verbindung mit draußen... Das ist auch die Sache... So... Haben wir ein neues Gebiet freigeschaltet... Ich gucke mal... Auf die Karte... Nein... Noch nicht... Wir haben noch nichts... Freigeschaltet... Wiederbekommen... Und das ist auch die Sache... Wenn aber auch nichts freigeschaltet... Dann kann man auch nichts anfangen... Mit unser guter Bahnhof... Zu verbinden... Mit raus... Aber mittlerweile... Das sieht super aus... Oh... Ich habe es nicht geguckt... Das gibt ein Problem mit Wasser... Oh je... Ah ja... Das muss ich unbedingt... Wieder mit Wasser versorgen... So... Jetzt Wasserlauf... Und da wird es auch gebaut... Sieht man auch schön... Das... Wo ich habe dieses Stadium gebaut... Das ist super... Aber wieder... Die Probleme mit... Mit die Anwohner... Oder wie... So... Was ist ihr... Ist nichts gebaut... Ich habe auch... Keine Ahnung... Ah ja... Hier... Ist nichts gebaut... Gut... Da könnte ich vielleicht... Aber... Nee... Das wäre doch... Ihr... Katastrophisch... Vielleicht... Oder... Oder... Nicht... So... Aber mittlerweile... Und zur Stadt... Wachse... Gut... Mit... Äh... So... Aber... Die Säplin... Die funktioniert sehr gut... So... Die Müll... Gebäude... Leert sich... Okay... So... Ich guck mal... Gerade... Was könnte man auch machen... Oh... Wir verlieren... Geld ein bisschen... Aber... Ich weiß nicht... Warum... Minus 4000... Ah... Strom fällt... Oh... Strom fällt... Da muss man auch... Mit Strom eingreifen... So... Dann machen wir mal... Ihre Strom... Strom kommt... Jawoll... Und ich guck... Wo fällt noch Strom... Ihre... Aber es gibt nicht genug Strom... Wo... Aber auch genug Strom... Muss ich zugeben... Irgendwie... Wir produzieren nicht so genug Strom... Ihre... Okay... Ja... Weil... Sie sehen... Das... Die andere Tür... Ist belöchtet... Aber... Dieser... Ist nicht belöchtet... Kein Strom... Okay... Kein Strom... Da muss ich... Auch... Wieder... Irgendwie... Mal gucken... Wir haben... Ihre... Eine große... Strobanlage... Aber... Die... Versorge auch... Nicht... Alles... Okay... Dann... Mal... So... Nebendran... Und... Und... Wieder... So... Vielleicht... Jetzt... Jetzt... Werden die Türmen beleuchtet... Und... Dafür... Ich mache auch diese Part am Ende... Wir haben noch ein kurzer Part... Aber... Wie gesagt... Ich habe ein bisschen... Mit Programm... Äh... Versprochen... Gemacht... Und... Ich muss das auch... Schnell bearbeiten... Das könnte auch... Jetzt kommen... Okay... Viel Spaß weiterhin... Ich wünsche euch... Einen schönen Tag... Einen schönen Abend... Und... Wir sehen uns wieder... Und... Ciao... Macht's gut...